Ich habe jetzt schon Biancas Sachen fast komplett... Ja, ich habe Biancas Sachen komplett aufgenommen. Ja, 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 ey. Uh, ich laufe jetzt im Seewie nicht vorne dran. Nee. Ja, aber ich habe jetzt auch keine... Lass uns hier warten. Feine mehr. Nee, keine Feine mehr, genau. Ich habe wieder 30. Boah, ey, geht ja gut noch viel. Ich gebe euch gleich mal ein paar ab. Ich habe... Wenn wir hier das überstanden haben... Oh, 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 der Schlepp. Schießt. Hallo. Oh, ich muss mal Betten mitbringen. Oh, 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 oh. Oh, ich muss was essen. Leute? Ja, was denn wir? Wenn wir die Betten mitbringen? Ihr könnt schon mal abbauen, glaube ich, ja. Und Zeugs mitbringen. Ja. Hier sind aber auch zwei Betten, habe ich gesehen. Zwei Betten habe ich schon gefunden hier. Ach, du Scheiße. Oh, endlich. So, warte, warte mal. Anni, komm zurück, komm zurück. Ja. Wie mache ich das am besten? Oh, die. Wartet mal einen Moment. So, guck mal, einmal. Holt euch mal die Pfeile auf. Und Anni, geh mal weg. So, die nächsten Pfeile für Sebi. Sebi? Oh, hier liegt der ganze Scheiß von Häuser. Dann lass ich jetzt mal liegen. Oh, kannst ruhig mitnehmen. Nee, äh. Dann bin ich voll, wenn ich jetzt alles aufsache. Ja, ich weiß, aber bis ich wieder da bin, das dauert. Ich geh mal hoch, linsen, ob da noch... Oh, Scheiße. Also, es hört sich so an, als wäre da immer noch Party. Oh, Kacke. Da hiech ich eigentlich. Ja, droh ich, ich hau ich. Oh, ne Scheiße. Vielleicht sollte ich dann einfach draußen bleiben, dann sterbe ich nur wieder. Hier sind aber sauviele Betten, hier können wir alle pennen. Wenn wir dazu kommen zu pennen. Ich hab wieder alle angelockt hier. Was heißt alle? Dann baut doch hinter euch zu, wenn... Der Grundstuhl, das ist nicht wahr. Der Scheiß-Boros-Schütze geht mir ab, fuck. Och, wir machen dem immer nur einen Schaden, weil die alle Diamant rüßt... Oh, Scheiße, ich bin gleich tot, ich muss fressen. Ja, dann geh. Ich muss mich zurückziehen, muss essen. Sonst regenerier ich nicht mehr. Viele, wenn ich halt nur die Stelle. Ich bin wieder da, ich bin wieder einsatzbereit. Ganz nach unten gebaut. Ich wohne mir den scheiß Bogenschützen, Alter. Ja, schön. Achtung, da ist ein Creeper. Oh, wir haben saufviel Bücherregale. Guck mal. Scheiße, nicht sprengen, nicht sprengen, nicht sprengen. Nein, die ganzen Bücherregale. Hallo, hier gibt's Chain Chestplate und sowas. Diamond Helmet. Da ist ein Zombie unten am Eingang. Ich bin am vorbeigelaufen. Scheiße, wir haben hier einen Traum voller Bücherregale schon. Das ist geil, die brauchen wir dann nicht langwierig zu farmen. Dann geh mal hervor, ich hab nämlich keine Ausrüstung. Oh, jetzt draußen können wir noch gehen. Habt ihr jetzt alles schon gelootet da, oder was? Nein, lass doch mal alles, wo es ist. Ulrich, lass mal auf die andere Seite gehen. Nee, ich hab mir jetzt hier wirklich Schwerst geholt. Jetzt kann man die endlich mal aufrollen. Guck mal hier, ich geb dir mal was. Guck mal hier, hast du... Oh, hier sind Goldpflöcke. Und sechs, hier mach ich nochmal. Ist nicht viel übergeblieben. Okay. Also Rüstung hab ich auch gerne. Ich glaube, ist der letzte. Kaktus, Clothboots, Ironboots, Chain Helmet. Weiß ja wirklich ganz viel Futter. Nochmal Diamanten, alles. Äh, warte, guck mal Holger. Hier, hier, hier. Ich weiß nicht, wem was war deswegen. Und ein Diamantschwert hab ich auch noch. Alter, ist das hier ne Bude. Krass. Jo, brauchen wir uns nix zu bauen, ne? So, Balkon sind auch noch golden Boots. Oh, guck mal hier, kannst du aufheben. Äh, hier ist der Krüger nicht. Oh, der King, wir haben den King. Oh, draußen, draußen. Oh, wir machen ihm einen Schaden. Oh, der hat hier so ein schwarzes Sockchen gemacht, eigentlich. Oh, ganz raus oder oben raus? Oh, hinter dir, hinter dir, nein. Oben oder unten? Leute. Oben, oben, draußen. Nein, 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 nein. Was ist das für ein Arsch, der blinkt? Ist der weg? Wo ist der denn? Oben, draußen, Holger. Der hat mich, ah, untergeschubst. Der ist weg? Nein. Nein. Oh, jetzt sterb ich fast schon wieder. Äh, wiederkommen. Oh Gott, was da alles drin ist. Oh, da ist eine Schallplatte drin. Das ist doch spannend. Der hat mich untergeschubst. Der König ist weg. Jetzt lebe der König. Ja, der König ist weg. Aber jetzt ist die Musik viel friedlicher. So, als ob es das jetzt gewesen wäre. Oh, aber ich höre wieder was. Äh, Moment, da höre ich auch was. Oder hinten. Was? Warum kommt da Meteoriten runter? Warum leuchtet das jetzt auf die Baum da? Oh, da oben, tatsächlich. Siehst du das? Ah, ich weiß, wo der Typ ist. Der ist da unten am Eingang. Oh, ich weiß nicht, da unten am Eingang steht der König. Dem müssen wir noch fetzen gehen. Und einen Archer. Dann lass uns mal runter gehen wieder. Hast du nicht nur einen Pfeil und Bogen dabei, dass du runter schließen kannst? Doch, aber das dauert ja eine Stunde, bis ich ihn abgeschossen habe. Ja, einen Schaden haben wir mit dem Diamantschwert eben gemacht. Einen? Ja, ich habe jetzt einen Big, Big, Big L-Sword. Was kann das? Keine Ahnung. Wie viel Schaden machst du? Weiß ich nicht, ich konnte damit noch niemanden angreifen. Was ist dieses Wine Stuff? Also Win-Stuff? Aber ich habe es halt gelootet. Keine Ahnung. Ich dachte, komm, ein Schwert kannst du jetzt gebrauchen. Und es ist zumindest Iron Big Swords, 7650, Fire S-Bag 2 und Knockback 1. Ich weiß nicht, was das da ist. Ich versuche mich mal zu beeilen, um wieder da zu sein gleich. Liegt mein Stuff da noch? Ja. Aber da ist auch der König da, wo dein Stuff geht. Ja, supi. Könnt ihr den mal irgendein... Ach, scheiße. Ja, wir versuchen den wegzuholen. Ja, ich bin nämlich schon da gewesen. Hier in der Ecke, im Schnee, in der Festung, sitzt übrigens ein Alligator. Nur mal so. Ja, ich mache dem König auch nur einen Schaden. Habt ihr ein bisschen weggelockt? Weil dann sammle ich mal gerade mein Zeug ein. Äh, du kannst dein Zeug ein. Der steht irgendwie gemacht gerade jetzt. Ich glaube, ich bin jetzt gerade drin. Ach, Siebel, auf der Türmich. Oh, der teleportiert sich ja zu mir. Aha. Das sind zwei komische Kauze, oder? Hilfe, ich bin gleich wieder tot. Ich bin gleich wieder tot. Oh. Ich muss mal ein bisschen weg und ein bisschen regen... Oh, hier liegt ja alles voll. Ich muss mal... Ich treffe den jetzt an Schild. Ich treffe ihn auch nicht. Ich kann mal mit dem Start probieren, drauf zu holen. Nimm mal ein Schwert oder so ein Scheiß. Äh, das ist eine magische Sense. Habe ich jetzt wenigstens noch Hosen ausgesucht, ja. So, ich bin auch wieder da. Ich habe nichts zu futtern. 130 oder noch. Ich muss mal so einen Apfel sammeln gehen. Oh, da sind auch nochmal Zombies und so. Super. Jetzt, jetzt kriegen wir den Bastard. Stirb, du Schwein. Guck mal auf den Kopf. Er macht drei Schaden. Nein, nicht von dem Zombie. Können wir jetzt gehen. Könnt mal jemand hier den Bogen-Schützen-Skalette da hinten wegmachen, bitte? Ja, ja, ja. Kümmern uns rum. Das sieht echt aus, als würdest du mit einer Pickaxe schlagen. 58 hat er noch. Der hat bestimmt voll das fette Schwert am Start, wenn der da stirbt. Der Diamant schwert sich schon zur Hälfte am Arsch. Ja, egal. Der Schiff. Der Rüstung ist kaputt. Ja. Ja, Mann. Ich habe es gelootet. Der König ist tot. Ninja Looter. Der hat einen Plock of Diamond. Der Ninja Looter hat mal wieder alles eingesetzt. Natürlich. Habe ich direkt alles weggelootet. Ja, und was hat er gehabt? Einen Walker Sword Lilla oder Rosa. Und einen Plock of Diamond hat er getroppt. Und Iron Big Sword. Fire Aspect 2. Knockback 1. Das ist meins. Das war meins. Ach, das ist deins. Warte, wo bist du? Bist du schon wieder da? Ja, ich bin gerade wieder heimgekommen. Das ist einmal dir. Ja, das habe ich nur oben in der Kiste gelootet. Du kannst es auch behalten. Ach nee, wir verteilen das jetzt eh alles. Gucken mal, was wir... Wir sollten gucken, dass wir alles aussammeln. Und dann ein, zweimal rübergehen und alles hierher schaffen, würde ich sagen. Hier sind doch Spinnen, ne? Zumindest mal ein oder... Ja, wir müssen ein bisschen besser ausleuchten, glaube ich. Genau. Sonst spawnen die halt hier die ganze Zeit. Ja, ich habe jetzt leider nichts mehr zum Ausleuchten. Okay. Meine Fackeln sind ja alle getroppt. Aber die haben ja bestimmte Vorhänge. Hat einer noch Holz dabei? Oder am... Ich habe Holz vom Start. So, dann werde ich jetzt... Waren hier irgendwo... Ich habe da ein paar Fackeln rausgeworfen. Waren hier irgendwo... Hölzer und so. Kisten? Waren oben Kisten hier? Ja, oben sind ganz viele Kisten. Dann schmeißen wir mal alles rein in die Kisten. Damit wir hier den ganzen Crap hier aufheben können. Sonst despawnt er. Das wäre unschön. Bei mir ist gar kein Crap. Bei mir liegt nichts mehr rum. Echt nicht? Ne. Das ist doch schon was despawnt. Das ist ja schade. Wir haben, glaube ich, alles eingesammelt, oder? Also hier unten drin waren, glaube ich, schon Kisten. Ah, genau. Hier war nämlich die Küche. Hier ist die Kiste mit den ganzen Lebensmitteln. Ich baue mal hier oben im zweiten Stockwerk, in dieser größeren Halle, baue ich mal Kisten, wo ich den Stuff da jetzt einfach mal reinschmeiß. Ich habe hier unten die Kirche, oder was? Das ist mal ein bisschen ausgerichtet. Ich leuchte hier oben auch mal alles aus. Holger, wo bist du? Ich leuchte mal hier oben die Kisten und bringe alles runter, damit wir alles mal in einem Fleck haben, um das ordentlich zu sammeln und zu verteilen. Ich bin hier unten und leuchte aus. Dahin, wo du ruhig die Kisten baut. Okay, da sind die Betten. Oh, ich könnte mich mal in ein Bett legen, da habe ich noch ein Buch. Ja, ich würde sagen, sobald es dunkel ist, pennen wir mal alle hier. Ja, war ein bisschen chaotisch, aber wir haben es irgendwie geschafft. Sau, krass. Wir haben auf jeden Fall sau viele Bücher jetzt schon mal. Wir haben hier überall, in jedem Gebäude hier draußen sind übrigens Betten. Hier draußen ist eine richtige Bibliothek. Da sind, also wenn ich hätte... Wir haben hier auch einen Amboss. 100 Bücher übereinander. Geil, einen Amboss haben wir hier auch schon. Wir haben ein Enderauge. Das ist leider leer. Hier haben wir noch ein Bett. Und... Oben sind lauter Kammern, da stehen mindestens zwei bis drei Betten pro Kammer drin. Ja, saugeil. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon super ausgerüstet, ohne was selber aufgebaut zu haben. Hallo? Ach, die Bibliothek, meinst du, Holger? Sehr geil. Aber trotzdem würde ich sagen, zentralisieren wir das Ganze erstmal, oder? Also alles Kisten hier würde ich sagen, erstmal abbauen. Ja, ja. Und erstmal... Also die Kisten nicht stehen lassen, aber halt alles rausnehmen und unterbringen, oder? Ja, und dann erstmal... Ne, oben, oder? Oben sammeln wir. Ey, da wo du sie jetzt hingepackt hast. Genau, ja. Da würde ich sagen, sammeln wir jetzt erstmal alles. Dann gehen wir ein paar Mal rüber. Wo ist denn das? Sammeln noch unseren Shitter auf. Hier vor der Küche, oder was? Ja. Jo. Vor dieser Küche. Okay. Dann machen wir das mal. So, ich glaube, ich habe jetzt von der oberen Etage alle Küsten leer. Holger, bist du jetzt schon einmal zurück, oder bist du nur raus und guckst... Ich stehe jetzt vor dem Tor und mache mal den Eingang richtig, weil da war noch irgendwie alles zu und so. Okay. Okay. Ich werfe jetzt einfach mal alles in die Kiste rein, ja? Ja, mache ich momentan auch. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier langsam auf. Ich habe übrigens, hatte ich vergessen zu sagen, eine heilige Handplanade gefunden. Wie geil. Ich habe relativ viel Essen am Start. Haben wir hier schon einen Ofen in der Küche? Oh mein! Da sind in jedem Haus noch... Ja, und hier in der Küche sind sauviele Öfen. Sehr geil. Hat irgendjemand noch meine Eisenleggings? Kann ich denn... Ich habe noch alles Mögliche an Eisenleggings. Ich auch, ich auch. Ich habe noch so viele Sachen drin. Hose, ich schmeiße hier alles neben dich. Weil meine Rüstung ist ja weg. Ne, das ist zu viel. Ach, hier ist ja auch noch in der Kiste was zu essen in der Küche. Das ist ja super. Ich brauche nur noch Hose. Und Melonen haben wir jetzt auch schon. Das ist ja... Melonen! Perfekt. Das heißt, wir können jetzt auch Melonen anpflanzen. Ja, aber ganz ehrlich, ich gehe jetzt mal oben... Was ist denn das da oben? Ich gehe jetzt mal oben zwei Kisten trotzdem abbauen, damit wir unten genügend haben. Wer geht mit mir gerade zurück? Schon mal. Und bringt das mit den anderen Stuff hierher mit. Was ist das denn? Hier stehen nur halbe Betten? Ja, das ist, glaube ich, ein Bug. Keine Ahnung. Kommt einer mit mir zurück? Den restlichen Staff holen? Ich brauche erst mal noch Kisten hier, wo ich das alles reinladen kann. Ja, warte, ich habe gerade von oben eine geholt. Wir sind hier alle kaputt die Betten. Das ist doch nur eine kleine, aber... Das ist auch ein Grafikfehler. Weil bei mir sind die Betten richtig. Ja, okay. Bei mir waren sie auch nur halb. Ich habe hier irgendwie diese Druckerpresse gefunden. Sehr geil. Ja, müssen wir gleich alles mal drüber schauen, was wir haben, aber... Ja, Ulrich, ich komme dann jetzt mit rüber. Gott, ich gehe schon mal vor. Ist ja Tag, da dürfte uns ja nicht so viel passieren. Da müssen wir noch nicht zusammenlaufen, denke ich mal. Oh, hier ist auch noch eine Höhle mit einem Monster-Spawner drin. Ist ja mal interessant. Cool. Lass ein Leuchten aus, mach eine Fackel drauf, dann dürfte eigentlich keiner mehr spawnen. Dann können wir da unsere Farming-Station hinmachen. Oh, und eine Kiste, wo vier magische Bücher drin sind, alle mit Stärke 5. Uh, Stärke 5? Ja, Stärke 5. Okay. Ach du Scheiße. Gibt es hier irgendwo Holz? Wir brauchen mehr Kisten. Nee, ich baue euch oben welche ab. Ich habe zwei vom Dach hier gerade abgebaut. Nein. Werdet ihr die einfach hier draußen hin?